Ah genau, hier unversöhnlich ab 55. Das brauchen wir dann noch unbedingt. Schwert und Schild? Nö. Hier eine Macht, das wäre noch richtig geil für Erdrutsch. Oh, Top-Sucht. Bis zu 25 mal stapelbar. Oh, und das ist natürlich auch gut. Also passive hat der Baba richtig viel Gute. Das muss ich ihm lassen. Aber es ist natürlich auch irgendwie gut, dass der Baba eine Schadensattack als letzte Fähigkeit bekommen hat und nicht ein Buffer, dass er, weil er hat schon genug Buffs, genug starke Buffs und solche Sachen. Und ja, eine Schadensattacke brachte er einfach noch. Also brachte er, hätte er noch gebracht. Und jetzt hat er es hier. So. Fällt denn das Gemetz? Ich weiß nicht, wo wir sind. Nicht genug Wut. Hier gibt es ein bisschen Hackfleisch zum Verkaufen. Das geht noch nicht. Ja, was lecken die da rein oder was war das? Das war nicht so schön, wie die hier hinein ploppte. Meine Hiebe vernichten euch. Noch eine Truhe, habe ich gesehen. sehr gut. Oh. Hallo Grom. Jetzt müsste ich dann die Belohnung schauen. Wahrscheinlich gar keine richtige Belohnung. Ja. Du bist so ein fetter Gegner. Ach, du hast zu viel Leben. Ich brauche mehr Zeit. Ja, immerhin. Zwei. Wow. Ja, die Schnauze. So. So. Hier nach oben. Und wir haben Handschuhe gefunden. Sehr schön. Ah, hier ist noch der Aktboss, äh, Wächter. Der Schlüsselwächter. So. Zweitertal. Wir müssen die Weltlagen die Kräfte zu töten. Ah, wir haben die Karte mit. Ich dachte das war ein Dungeon. Das habe ich gar nicht gemerkt Noch nicht bereit Das war es total wert Ja, zum größten Teil Ja, ich habe auch keine Verwendung für den Stab Ich bin ein Barbar und der Stab ist blau Oh, das ist Magierfaust, das ist Magierfaust Ja, es ist Magierfaust Aber leider mit Stärke Aber das ist so ein episches Item Für einen Feuermager So cool Ich habe Magierfaust Hm Das könnte ich umtauschen Ähm, dann mache ich hier noch Ein Rettestein rein Ich kann ihn später dann ersetzen Für einen besseren Der ist besser Den nehmen wir So Und wir haben den schönen Helm jetzt Ach, hört doch auf Diese erwähnt immer Ich brauche Wut Ähm Könnten wir nicht ersetzen Ja komm, wir setzen doch da Nehmen wir doch die Magierfaust Und hier drüben Es ist zerstört Zerstört Keine Ahnung Wahrscheinlich ein Katapult Das schon zerstört wurde Und hier ist die Frosthöhle Sehr schön Ab zuerst machen wir die Gegner hier Das geht noch nicht Das geht noch nicht Ich bin wieder gesund Ähm, noch einen Gegner Hehehe So Haben wir das auch gemacht Und gleich wieder ein Level Up Sehr schön Wie viel Damage 8500 Wow Töten Ich muss töten Hm, keine Chance gehabt Auch wenn es so zäh ist Dass er als Adamantide bestehen würde Schau wie überschiegt Der Helm ist so cool irgendwie Ich bin Diablo Wow Die Chancen stehen eigentlich noch gut Dass ähm Diablo Im zweiten Adon Wieder kommt Oder dann im nächsten Spiel Also Diablo 4 Ich brauche mehr Zeit Ob ich denke Er in Diablo 4 dann wieder Aber ich hoffe schon Das Ding ähm Dass er Madon auch einen Auftritt hatte Das ist ja Ach, wieso Weg damit So Echt interessante Hölle diesmal Hier haben wir schon die Ebene 2 Und wir haben immer noch die goldenen Schuhe Die passen natürlich sehr gut Die passen natürlich sehr gut Noch nicht bereit Vergesstendes Gewand Wer hat das Gewand vergessen? Was ist jetzt Leck? Oh Gott Wer fängt das wieder an? Was ist jetzt Leck? Oh Gott Der Luse Das ist er den wir brauchen Der Luse Der Luse Komm schon bitte Drop Wir machen noch einen Droh ruf so komm schon du machst der mensch mit diesem blitz zeigt natürlich nicht wie oft müssen wir den noch machen ich will ihn gerne noch zeigen sonst werde ich einfach wissen mich alleine den suchen und zeige ich ihm dann wenn er getroppt ist also wenn er am Boden liegt so dann gehen wir nochmals raus also einen ran mache ich noch mit euch ist ja relativ spannend eigentlich gar nicht mal so lange ha sieht das aus so ähm die schuhe genau jemand hatte die gefunden und hat gesagt ich will den neuen bild testen mit sprung es gibt noch andere ausrüstungsteile die machen dass nach dem sprung also der aufschlag ein erbeben entsteht und das müsste ja mega mächtig sein das könnte ich dann auch mal für euch austesten und natürlich muss ich das auch zuerst finden da habe ich noch etwas mit minus vier ähm da muss es sein da ist besser dann nehmen wir doch das so jetzt machen wir edelsteine rein den nehmen wir raus so ähm naja das dritte amulett habe ich auch gefunden jetzt brauchen wir noch eins glaube ich so was ein gelber auf den kopf 33 chance gut und zwei rote hier rein und schon sind wir sehr viel mächtiger 7600 8000 ja 400 schaden mehr so nun können wir die zwei auch verkaufen wieder so und schon 5500 5500 5500 8000 läuft langsam aber wahrscheinlich brauchen wir das nur für die edelsteine und so also so beliebt ist gold leider hier nicht aber es ist auch relativ gut so weil gold wird meistens zum verkaufen oder zum sonst irgendwas verbraucht ähm ähm um natürlich die spieler zu schnell vorantreiben dann haben sie keine lust und so irgendwie bekomme ich viel schaden weil die gegner hier gerade ein bisschen herum ähm schaden so und hier ist wieder die höhle des frostes oder nein das sind die erschlag höhen schade legion ich bin legion also holen wir noch kurz die trüge geräum warum oder kom aber der kopf extrem damage mit beiden verhigern aber wenn das beim hexen doktor so wäre so viel damage Aber der hat ja die Schinder da, die kleinen Kobolde, die machen auch viel Damage. Aber natürlich nicht so viel wie die Uran. So, was haben wir sonst noch? Einen Brustpanzer, der besser ist. Ja, viel besser ist der leider nicht. Ne, lassen wir so. Gehen wir wieder raus. Irgendwann finden wir doch den Cuddleway-Stern. Ich will doch das Pony-Label haben. Das erste Mal live sehen, das wäre doch toll. Ja, ich habe den Cuddleway-Stern schon im normalen Diablo 3 gesucht, wie blöd, nie gefunden. Und langsam weiß ich auch wieder, wieso ich den nie gefunden habe. Wenn natürlich der Gegner nie droppt. Auch fast immer da ist. Eischlack-Höhen. Oh Gott. Die machen keinen Schaden. Easy. Ah ja, da können wir eigentlich das nächste Mal schon, ähm, Experte, der meiste, also den nächsten Schwierigkeitsgrad nehmen. Und ja, da bekommen wir natürlich noch mehr gute Items, also, nein, die Chance steigt sich noch nicht, aber, ähm, die EXP und so. Nicht, ähm, Angst machen, bitte. Einfach neben, durch, ähm, wirbeln und das Ding ist kaputt. Und jetzt verstehe ich, jeder Kreuzritter hatte einen Knappen. Wenn der Kreuzritter fiel, übernahm der Knappe seine Rüstung, seinen Rang im Orden und gar seinen Namen. Oder der Knappe stirbt zuerst. Und die erste Generation Kreuzritter fiel, nahmen ihre Knappen ihre Identität an. Denn so geht es seit 200 Jahren. Oh, Desperatio. Oh, macht der Damage? Ja, vielleicht wäre es besser, wenn wir noch nicht erhöhen. Irgendem Damage. Oder wir müssen bessere Ausrüstung haben. Weil da werden natürlich die Gegner auch zähre. Manche Gegner machen schon fett Damage, das ist wahr. So, Kubus, ihr nervt. Haut ab. Ah, hier ist halt noch da. Halt ab. Nächster Halt, Hölle. Ja, die Hölle können wir auch noch vorbeischauen. Bisschen EXP sammeln. Dann machen wir diese Höhen hier noch. Wenn sie überhaupt da sind. Und dann nochmals die Hölle. Und hier haben wir ein Riesensäbel. Hier ist es schon. Ja, sie sind da. Sehr schön. Dann machen wir die nochmals kurz. Zurück in die Hölle. Und... Zurück in die Hölle. Doggy. Näh, 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 näh. Was ist das? Hallo. Oh, danke schön. Schon ein bisschen besser zu weissen, wenn ich jetzt doppelt so viel... Oh, nichts können die. Weiter. Oh, noch eine verfluchte Truhe. Und eine Function. Zuerst die Function, bitte. Das ist verschlossen. Ähm. Das war es total wert. Ja, zum größten Teil. Betreib doch nichts. Komm, sollen wir dir die Morgen müde ich, gell? Ich bin immer einer, der im Morgen schläft. Und nicht in der Nacht. Ja, ja. Dummes Schwätzer, diese Lin... Lin... Da ist er, ja. Noch ein bisschen Haul. Aber die bekommen so viel Damage. Wenn sie alleine sind, bekommen die Gegner extrem viel Damage. Und wir haben natürlich noch schon wieder nichts bekommen. Wahrscheinlich ist der sehr verbuggt, oder so. Eigentlich sollte der Gegner eigentlich... Ja, wenigstens eine machbare Chance haben, den Gegenstand zu droppen. Viel Unsicherheit umgibt den Erzengel Malteil. Einst war er die ruhige, leitende Hand der Weisheit. Doch wir verloren ihn in dem Moment, in dem der Weltenstein verschwand. Nachdem es ihm nicht gelungen war, dieses katastrophale Ereignis zu ergründen, verließ er den Himmel. Noch nicht bereit. Sein Weggang hinterließ eine gewaltige Lücke im Rad. Eine Lücke, die bis zum heutigen Tage nicht geschlossen werden kann. Und sie auch noch grösser macht. Weil Malteil natürlich ein bisschen Macht möchte. Ah, ist nicht Stunnen. Weg damit. So. Oh, was gibt's hier noch Schönes? Tyreihe, der Erzengel der Gerechtigkeit, ist ein Wesen des Gleichgewichts und der Rechtschaffenheit. Sein Mitgefühl für die Menschheit hat seine Position innerhalb des Angieresrats gefährdet. Ich brauche mehr Zeit. Er sieht in den Nephilim die Fähigkeit, über ihr verteiltes Erbe hinauszuwachsen und zu den wahren Helden der Schöpfung zu werden. So, haben wir noch Gegner hier. Oh, das ist ein Schnitzel. So, schauen wir uns noch mal nach guten Quests auf. Mal schauen, was das für eine Ebene ist. Die verfluchte Anhöhe. Aha, einfach ein verfluchtes Schreinlöter. Okay. Okay. Ihr habt gegen mich keine Chance. Ihr habt gegen mich keine Chance. Noch nicht bereit. So. Warte, der Schein ist gleich hier oben. Das lohnt sich doch. Trotzdem zu machen. Nein, er ist nicht hier. Ah, der ist immer auf der Seite. Genau. Schauen wir mal hier. Säubert die Gieserei. Tötet stampfter Brecher. Tötet Lungok. Der verfluchte Krater. Tötet Krom. Da können wir mal hin. Auch ein verfluchten Schrein. Tötet die Gieserei. Tötet die Gieserei. Tötet Magd. Tötet Magd. Tötet Magd. Tötet Magd. Sie half den anderen geringen Übeln viele Jahre lang. Tötet Magd. Tötet Magd. Tötet Magd. Tötet Magd. Tötet Magd. Was die machen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Gegner beschweren. Wir haben irgendwelche Puppelprobleme. So, jetzt können wir rein. Noch ein bisschen warten. Ich werde die Uran einsetzen. Jetzt ist es gut, jetzt können wir gehen. So Magda, jetzt kommst du auf die Schnitte. Nicht anfrieren. Danke. Seht ihr das? Das letzte Amulett. Eines der letzten Amulett. Für die Anführer war es in Ordnung nichts zu tun, während die Großen übel in Gefangenschaft waren. Ich überredete eine andere Hexe dazu, mir zu helfen und sie zu vergiften. Und gemeinsam übernahmen wir die Kontrolle. Sie verließ zwar den Zirkel nach einigen Jahren, doch ich machte weiter und führte ihn unter Lord Belial wieder zu neuer Größe. Ich muss zurückkehren. Was eigentlich wird es ja nicht gesagt. Man weiß ja da nicht, dass es hier eine Hexe ist. So, wo ist der Jubiläer hier unten? Genau. Also dann haben wir die vier, für die vier Tribute. Ob es noch mehr gibt, weiss ich nicht. Aber ich denke schon. Was brauchen wir denn für die? Okay. Eine Amulett Stärke für Level 60 könnten wir dann mal machen, aber dazu müssen wir zuerst Level 60 werten. Aber das geht schnell, wir müssen schon 46. Und ja. eine Nepal-Frift können wir nicht machen. Nein. Okay, dann machen wir das nächste Mal wieder einen. Jo, Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, es wird eigentlich immer wieder wie interessanter, wieso der Baba stark wird. Und ja. So. Bis dann. Tschüss.